Hände weg vom Wandsbecker Gehölz! Mein ganzes Leben lang bin ich im Gehölz spazieren gegangen und war umgeben von diesen Bäumen. Die geben Kraft, die sind wunderschön, die leben. Hier sollen Bäume gefällt werden für eine Güterzugstrecke. Ich finde, dass in einer Zeit von größter Umweltzerstörung alles erhalten bleiben muss. Die Stadt Hamburg möchte die S4 über die Güterstrecke finanzieren, sagt es den Bürgern nicht, und ich will dafür Bäume abholzen und Haltestellen verlegen ohne Sinn und Verstand. Viele Menschen genießen jeden Tag diese Bäume und es gibt kein Recht auf dieser Erde sie zu zerstören. Die sollen gefällt werden, damit eine Baustellenzufahrt erregt wird und wenn die wieder weg ist, sind auch die Bäume weg. Also was wir jetzt befürchten ist, dass die Bahn Fakten schafft und Bäume jetzt fällt, damit wir sie im Gerichtsverfahren nicht mehr gegen die Sache verwenden. Steh auf vom Sofa. Wir brauchen euch, damit ihr mit auf die Bäume aufpasst. Meldet euch unter der E-Mail-Adresse. Danke. 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 Danke.